Das ist übrigens ein Bild aus einem Mai mit dem Blick auf das Inntal runter, wo es unten grün wird und oben in den Bergen liegt noch Schnee. Grüße Sie und Grüße Euch und wir wollen ein bisschen den Weitblick machen und ausschließlich eine ganz kurze Mittelfrist-Aussicht machen mit den aktuellen Ensembles hier für den Norden Deutschlands. Ihr wisst, die roten Linien ist das Mittel der Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe aus 30 Jahren. Die weiße Linie das Mittel aller Berechnungen, die wir in Bund finden und unten sind die sogenannten Niederschlagsignale. Und was wir auf Anhieb sehen, der große Regen oder der große Schnee ist erst einmal vorbei. Und hier haben wir Ostern und genau zu Ostern machen die Temperaturen mal einen Knick nach unten, gehen danach wieder nach oben mit den Ausreißern jeweils nach oben und nach unten. Die Ausreißer, die hier oben sind bei Richtung plus 10 Grad in 1500 Meter Höhe, sind so frühlingshaft wie das Wetter, das uns in dieser Woche erwartet. Da sieht man auch diesen kurzen Wärmeberg. Und die, die nochmal nach unten gehen, sind das, was wir letztes Wochenende hatten und was wir dieses Wochenende haben. Da sind also durchaus nochmal ein paar Läufe dabei, die klassisches Aprilwetter bringen würden hier für den Norden. Die Temperaturen pendeln sich am Schluss, was das Mittel angeht, eher im Durchschnitt ein. Im Westen ist es überdurchschnittlich, erst einmal mit diesem Anstieg der Temperaturen von minus 5 auf über 10 Grad plus. Dann zu Ostern geht es runter mit den Temperaturen. Der Hauptlauf hier in hellgrün und der Kontrolllauf in blau sind dabei relativ weit unten. Es gibt noch einige Läufe, die sind viel weiter oben. Dann geht es wieder rauf mit den Temperaturen. Hinten raus auch hier ein paar Läufe, die dabei sind, die relativ kalt sind. Und die Niederschläge nähmen dann Ende des Monats wieder zu. Kann auch an den höheren Temperaturen liegen, dass da schauernd Gewitter aufkommen. Im Osten sind wir, was die Temperaturen angeht, eher durchschnittlich bis unterdurchschnittlich. Vorübergehend wird es hier ein bisschen wärmer, aber mit der Wärme kommen auch leichte Niederschlagssignale auf. Und hinten raus immer mal wieder ein bisschen Regen. Der meiste Regen nach dem 25. April wieder. Das wird nur allenfalls vor sich her tröpfeln. Dazu ein paar Läufe, die sind weit oben, also sprich recht warm. Und einige, die gehen noch mal weit runter in den fast spätwinterlichen Bereich. Im Süden Deutschlands sind normalerweise die Niederschlagssignale sehr stark ausgeprägt. Diesmal auch gedämpfter. Um Ostern herum wird es noch mal nass. Wahrscheinlich, weil durch Nord- und Nordostwind alles gegen die Alpen zieht. Hinten raus auch da ab 24. und 25. April zunehmende Niederschlagstätigkeit. Der Anstieg der Temperaturen von knapp minus 5 auf fast plus 15 Grad. Das wird wie im Frühsommer sein. Zu Ostern gibt es dann die Delle wieder und danach geht es rauf mit den Temperaturen. Aber auch hier die Unterschiede zwischen extrem warm und extrem kalt. Die gemittelte Wetterlage für den 25. April sieht wie folgt aus. Wir haben es mit zwei Tiefs zu tun. Ein Tief liegt über der Ostsee, eins draußen auf dem Atlantik. Und je nachdem, welches Tief stärker ist, kommt eben die entsprechende Luftmasse. Ist dieses Tief stärker, kommt die warme Luft herangezogen. Ist dieses Tief stärker, gibt es noch mal einen richtigen Absturz mit diesem typischen Aprilwetter. Das zeigt die gemittelte Wetterlage. Außerdem erkennen wir die Schattierung hier in 5,5 Kilometer Höhe, was das Geopotenzial angeht. Je heller es ist und je grüner es wird, desto mehr Tiefdruck haben wir. Und je dunkler es wird, je mehr rot, desto mehr Hochdruck und stabiler die Lage ist. Es ist also labil bei Temperaturen zwischen 5 Grad im Alpenraum und 0 Grad an der See in 1500 Meter Höhe. Gehen wir einen Zeitschritt weiter und schauen jetzt mal auf Anfang Mai. Da haben wir immer noch so eine schwache westliche Strömung. Wieder mit diesen beiden Tiefs. Es versucht die Warmluft von Süden heranzukommen. Sie schafft es noch nicht. Das heißt, diese eher wechselhafte Witterung mit leichter Westtendenz geht weiter mit ein paar Schauen und Gewittern. Da kommen keine größeren Abstürze mehr, aber auch noch nicht der ganz, ganz große Durchbruch in den Frühling. Ich hoffe, dass ich bald mein neues Mikro kriege. Und dann gehen wir noch mal weiter und sind jetzt am 12. Mai. Die Vorläufe hatten noch einen sogenannten Trog drin um Mitte Mai, dass es noch mal kalt wird. Und die neuen Läufe zeigen dann doch, naja, der Trog geht eher weiter Richtung Westeuropa nach Süden über der iberischen Halbinsel. Das würde dann hier Regen bedeuten. Und wir kämen in die Gegenbewegung, andeutungsweise muss man noch dazu sagen, mit einem Hochöstlich von uns und in eine zunehmend warme Strömung, dass die Hitze aus dem Mittelmeerraum einerseits Richtung Balearen vorankommt und später vielleicht dann Frühsommerwärme sogar zu uns. Das sind so ganz, ganz zarte Andeutungen, dass der Mai nicht mehr die Linie mitspielt, die jetzt der April gemacht hat, sondern dann tatsächlich den Hebel umlegen wird, dass es mal nachhaltiger, ein bisschen wärmer wird. Nicht unbedingt freundlicher, damit können auch Schauer und Gewitter kommen. Schauen wir auf die 35-Tage-Trends und zwar, was die Temperaturen in 2 Meter Höhe, die wir normal messen, angeht, plus die Niederschläge unten und das Ganze hier für den Nordosten Deutschlands. Die 20-Grad-Linie habe ich hier eingezogen, da sehen wir das Wogen der Temperaturen jetzt, dann noch mal zu Ostern wird es kälter und hinten raus nur langsamer Anstieg der Temperaturen, aber immerhin ein Anstieg, das ist die 0-Grad-Linie, Nachtfrostgefahr bleibt uns erhalten. Was ist aber wichtig? Hier unten, die Niederschlagsignale bleiben vorhanden. Und es kam mal die Frage auf, ist das nicht so, dass das hinten raus immer alles gemittelt und geglättet wird, dass immer der Durchschnitt rauskommt? Nein, ist es nicht. Da kann man aus den 35-Tage-Trends, wenn es markante Umstellungen gibt, schon etwas rauslesen, ob tendenziell die Niederschläge nachlassen, ob sie stärker werden, ob die Temperaturen nach oben und nach unten gehen. Das ist ja auch keine Wettervorhersage im klassischen Sinne, dass wir sagen, in 30 Tagen wird dieses und jenes Wetter sein, sondern der grobe Überblick, in welche Richtung geht es und da ist eben die Wechselhaftigkeit noch abgezeichnet. Das Ganze für den Südwesten, da wird die 20-Grad-Marke natürlich größer überschritten. Apropos größer, Gröbär sind ja auch hier die Auflösungen. Wenn hier zum Beispiel mal 25 oder 26 Grad drin sind, dann gilt das für große Gebiete. Regional und lokal kann es da 3, 4, sogar 5 Grad wärmer werden. Wenn hier also 26 oder 27 Grad sind, kann es gut und gerne dann auch in Freiburg meinetwegen 30 Grad haben. Das ist ja auch nur hier eine grobe Richtung. Und auch hier sind die Niederschläge vorhanden immer wieder. Das heißt, es beginnt damit nicht nur jetzt Ende April eine wechselhafte Phase, die wird dann auch weiter in den Mai reingehen, allerdings mit etwas höherem Temperaturniveau. Und das, was wir eben gesehen haben in der gemittelten Wetterlage am 12. Mai, dass da was von Süden kommen kann, ist hier logischerweise noch nicht drauf, weil das Ganze endet ja am 12. Mai. Da müssten wir weiter schauen, aber ob da nicht so ein Temperaturbogen nach oben geht, gucken wir mal. Gehen wir noch ganz kurz auf die Alpensüdseite in den Südosten Österreichs, in die Steiermark, wo wir ja dringend auch Niederschläge brauchen. Hier wogt es ebenfalls rum, Temperaturen gehen aufwärts. Ende April, Anfang Mai wird öfter mal die 20-Grad-Marke überschritten. Gleichzeitig nehmen hier auch die Niederschlagsignale wieder zu. Das heißt, da sind mehr Wetterlagen dabei, die dann immer mal wieder Regen bringen würden. Es ist dann Regen. Und zu guter Letzt noch ein Blick noch weiter nach Süden, und zwar an den Gardasee, in den Süden des Gardasees. Die Temperaturen hier immer so um die 15 Grad gehen dann später in Richtung 20 Grad im Schnitt. Allerdings bleibt es auch hier bei einer tendenziell wechselhaften Witterung. Das heißt nicht, dass es hier Dauerregen geben wird. Aber die große Trockenheit, die wir zum Beispiel in Norditalien haben, die wird hier nicht fortgesetzt. Es wird zwischendurch zum Wohle der Natur immer mal wieder Regen geben. Und für alle Urlauber oder alle, die da war Freizeit verbringen wollen, zum Radl fahren oder zum Wandern, die haben zwischendurch auch genug trockene Phasen. Apropos Trocken, das ist jetzt dann der Rausschmeißer, die letzten beiden Karten vom amerikanischen GFS-Modell, was die Niederschläge bei uns angeht, in den nächsten zwei Wochen vom sogenannten Nullerlauf. Da war über dem Norden Deutschlands eine richtige Niederschlagsblase berechnet und direkt am Alpenrand. Dazwischen tendenziell weniger. Es ist nur ein Spiel. Und der Sechserlauf brachte das Ganze dann eher rund ums Erzgebirge und den Alpenraum und dann wieder im Nordwesten etwas. Das wird so hin und her springen. Es geht nur darum, es wird auch in der nächsten Zeit zu Niederschlägen kommen. Allerdings nicht mehr so viel, zumindest vorerst in den nächsten 10 bis 15 Tagen, wie es jetzt in den letzten gut sieben Tagen der Fall war.